UNTERTITELUNG Sie kommen also aus der Stadt? Ja, nur übers Wochenende Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? Er ist gar nicht gefahren Ich will nicht wissen, wer gefahren ist Ich will seine Papiere sehen Nennen Sie mich Dean, umarmen Sie mich, Junge Also, wie lange läuft das denn schon, diese Sache? Georgina und Walter waren verantwortlich für die Betreuung meiner Eltern Als sie starben, konnte ich sie einfach nicht gehen lassen Rauchen Sie vor meiner Tochter? Ich werde aufhören Sie könnte Ihnen dabei helfen Wie? Hypnose Ich komm schon klar Schaffst du das? So schlimm wird's schon nicht Hey, hör zu, ich hab recherchiert Offenbar sind in der Gegend eine ganze Menge Brüder verschwunden Alles cool Bro, warum hast du keine Angst davor, Mann? Gut, dass noch ein Bruder hier ist Chris hat mir erzählt, dass er sich durch meine Anwesenheit hier viel wohler fühlt Hau ab Entschuldige, Mann Logan Hau ab! Yo! Rose, wir müssen weg Ist alles okay? Rose, die Schlüssel Hol sie raus Ich weiß nicht, wo sie sind Rose? Rose Versinke im Boden Warten Sie, warten Sie, warten Sie Versinke Verstand sollte man niemals verschwenden Niemals verschwenden Wenn zu viele Weiße da sind, werde ich nervös Verstand sollte man niemals verschwenden Schwer aus dem Schwer aus dem Schwer- Schwer- Schwer aus dem